Willkommen zu einer neuen Folge Sakura War Wir haben dieses neben mir, wenn ich irgendwie zumachen Was machen die denn da? Was machen die denn? 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 Ober登録 ist zu führen Is das ein Le ecc! Was machen die denn? Okay. 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 kings Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, dieses Erdmärchen. 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 Was hat die denn an? Okay. Ähm, sie ist hier zu. Sie ist nicht in ihrem Zimmer. Wo ist sie denn dann, bitte? Und... Jetzt mal ehrlich, wieso ist die... In beiden Orten... Egal, wir reden mal mit Sakura. Aber... Ach, das ist sie. Ein... Anastasia? Entschuldigung. Ich habe mich nicht verletzt, also gehen wir. Anastasia? 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 Ja, das ist so. Sakura war okay? Ich hatte den Vorwärts. Ich habe keine Angst. Ich habe keinen Angst vor, aber ich habe keine Angst vor. Aber ich habe mir gesagt, ich habe mich wirklich okay. Ich habe keine Angst vor. Das ist natürlich... Natürlich. Wenn du bei Sakura ist, dann geht's. Ich werde jetzt die größte Erinnerung. Ich bin froh, aber ich bin sehr schwer. Haha, wie bei Sakura ist es so. Das ist doch egal. Ich bin normaler Frau. Ich bin ein Freund, aber ich bin eine Frau. Ich habe das Wort. Ich bin ein Freund. Nein. Aber ich habe mich über die Geist-Geräusche, so dass ich mich auf. Danke, Herr Geist-Geräusche. Ich bin ein Freund. Ich bin ein Freund. Ich bin ein Freund. Ich bin ein Freund. Okay, ich glaube, die ist aber nicht deprimiert, weil Rekura mittlerweile besser ist als sie. Anastasia-san, kannst du dich mit einer Sprache zusammenarbeiten? Ich habe die Sprache gesehen, aber es ist ein bisschen schwierig, dass ich meine Sprache habe. Ja, das ist gut. Wenn ich mit mir bin. Vielen Dank. Dann gehen wir zur Bildung. Okay. Also diese Outfits sind schon echt skurril, ne? Oh, das ist schon immer wieder da. Das ist die Anastasia. Das ist die Anastasia. Das ist der Anastasia. Ich habe das Gefühl, Sie sind rechtlich. Das ist das. Ich glaube, das wäre gut. Aber Anastasia... Entschuldigung. Ich habe mich jetzt schon wieder gelegt. Ich habe mich überrascht, was ich? Anastasia, hast du etwas gefunden? Ja, genau. Ich habe mich ein bisschen überrascht, aber ich werde mir die Situation schauen. Ich bitte, Herr Kamiyama. Sonst gibt es keine weiteren. Ja, wie soll ich sagen. Lieben, Quest, deswegen machen wir hier ein Kapitel, der euch gefallen hat. Da unten lasst ein Abonnenten und scheide die nächste Folge ein. Bis denn!